Das junge Deutschland ist eine der kleinsten Strömungen unserer deutschen Literaturgeschichte, besitzt aber enorme politische Sprengkraft. Welche historischen Ereignisse die Strömung prägten und warum ihre Werkzeuge zeitweilig sogar verboten wurden, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Das junge Deutschland ist eine Strömung des Vormärzes, die sich von 1830 bis 1835 datieren lässt. Die Autoren waren ein loser Zusammenschluss von überwiegend jungen Menschen, welche die freiheitlichen Werte der französischen Revolution 1789 vertraten. Daher führte der Wiener Kongress 1814 und 1815 und die 1819 erlassenen repressiven Karlsbader Beschlüsse zu großer Ernüchterung. Als Reaktion auf die staatliche Unterdrückung und Wiederherstellung alter Machtverhältnisse wurde die Literatur politisiert. Die Autoren äußerten Kritik gegenüber der Ständegesellschaft und Fürstenherrschaft. Dabei prangerten sie besonders die gewaltigen Unterschiede zwischen den sozialen Klassen und die damit verbundene Ausbeutung an. Weitere entscheidende Themenfelder waren die Trennung von Kirche und Staat, also eine Säkularisierung sowie die Emanzipation der Frau. Im Mittelpunkt standen jedoch die Forderungen nach Demokratie, Gleichheit und Pressefreiheit sowie weitreichenden Bürgerrechten. Gleichzeitig grenzten sich die Literaten von der Romantik als wirklichkeitsfremd und verträumt sowie von der Klassik als zu elitär ab. Stattdessen wurde versucht, die einfachen Menschen mit ihren Ideen und Forderungen zu erreichen. Dafür verwendeten die Autoren Volkssprache und griffen teilweise auf Dialekte zurück. Die jungen Literaten setzten ihren Fokus auf realitätsnahe aktuelle Themen und legten daher wenig Wert auf ästhetische Kriterien, um die Texte nicht zu verkomplizieren. Aufgrund der politisch-liberal-Ausrichtung sahen die herrschenden Fürsten einen Angriff auf Zucht, Sittlichkeit und die christliche Religion. Und der Bundestag belegte die gesamte Bewegung ab 1835 mit einem Publikationsverbot. Zuvor hatten die Autoren stets versucht, die Zensur zu umgehen, indem sie in Abgrenzung vom Vormärz keinen Systemumsturz forderten. Sie fokussierten sich auf die Aufdeckung von Missständen und nutzten dabei bevorzugt die Lyrik in Form von Liedern. Aber auch Reiseberichte und Memoiren als Teil der Epik erfreuten sich reger Verwendung, da durch den ironischen, oft satirischen Schreibstil subtil die bestehenden Machtverhältnisse kritisiert werden konnten. Ein Meisterstück auf diesem Gebiet war Heinrich Heines Werk »Harzreise« von 1826. Als sich die Spannungen mit den herrschenden Fürsten verschärften, nutzten die Literaten zudem Broschüren, Flugblätter und Schmähschriften wie die hessischen Landboten. Romane wie »Walli, die Zweiflerin« vom bedeutenden Vertreter Karl Gutzko ergänzten gemeinsam mit Novellen die Epik. Die Dramatik war die am wenigsten verwendete Gattung. Einzig das Geschichtsdrama »Napoleon und die 100 Tage« von Christian Dietrich Krabbe ist erwähnenswert. Weitere Vertreter des jungen Deutschlands waren Heinrich Laube, Theodor Mund und Ludwig Börne. Das junge Deutschland war also eine Strömung des Vormerzes und lässt sich von 1830 bis 1835 datieren. Diese Schriften richteten sich vor allem gegen die Ungerechtigkeit, die sozialen Missstände und die damit verbundene Ausbeutung. Dabei nutzen die Autoren hauptsächlich die Gattung der Lyrik mit der Form des Liedes sowie die Reiseberichte der Epik, um subtil Kritik auszudrücken. Nach einem stärkeren Engagement der Literaten durch das Verbreiten von Flugblättern und Schmähschriften wurde die Bewegung mit einem Publikationsverbot belegt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und Abo da und schaut auf unserem Zweitkanal »Einfach Schule Shorts« vorbei.